So, Servus und Moin Moin. Irgendwie haben auch meine Hotkeys nicht funktioniert. Das war mein Hof mal früher. Mittlerweile habe ich den ein bisschen ausgebaut. Ich bin gerade erst wach geworden, habe schon gefrühstückt. Mein lovely Hof. Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. So, beim Gucken. Ah, hier. So, ich glaube, ich kann ihn ein bisschen leiser machen. Ich hoffe, dass es für alle Beteiligten okay ist. So, perfekt, oder? Ich hoffe, ich muss ihn erstmal wieder höher machen. Ich habe mir eigentlich überlegt, hier das Fruchtzerstörung an. Eigeneutwendig. Ja, genau. Ich hatte mir eigentlich überlegt, dass... Oh, wie heißt der Schnum? Hier das anzumachen, mit dem ich dann auch spritzen muss und so. Aber ich finde es gerade nicht, glaube ich zumindest. Geht das nicht eigentlich sonst hier? Fruchtzerstörung an. Flüge notwendig aus. Kalken notwendig. Schmutz an. Verkehr an. Niedrige. Wirtschaft normal. Stop and go. Spritzverbrauch niedrig. Häfer wird an. Hä? Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Halt, ich brauche crazy. Möchte, Haken, ha, kann man erlängen. Das war doch Unkraut, Unkraut, Unkraut. Unkraut an, aus. Was war das doch? Hä? Bin ich doof, Leute? Ich möchte gerne Unkraut. Ähm... Oh mein Gott, bin ich doof. Es tut mir leid für alle, die ich die ganze Zeit gesehen habe. Ich kann es jetzt schön hier weitermachen. Fertig. Ja. So. Ähm... Ähm... Ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Wir können ja hier schon mal... Entweder kommen hier... Ja, hier kommen die Spritzen rein. Ja. Ähm... Ihr habt es mitbekommen, ich komme... ... zum Pflanzenschutz. Äh, ja. Kaufen. Eine Sohne und... Ähm... Eine... So eine. Oder ein Selbstfahrer. Wie viel kostet... Ja, wo ist mein Haus? Haus weg. Wie kostet denn so ein Selbstfahrer? 36, 96, 27. Allend oder Horst. Wie viel Fassungsvermögen? 5.000, 6.000. Ganz ehrlich, ich hole mir keinen. Ja, ich hole mir einfach keinen. Nein, hier. So, danke. 4.000, 4.000. Danke. Ähm... Kiegel. Ist der Größte, oder? 5, 2, 3, 4.000. Ja. Das ist der Größte. So, ähm... Was brauchen wir noch? 1.000. gegen Unkrautbekämpfung hol ich direkt zwei von ähm ja das ist es glaube ich erstmal Paletten kann sein, dass ich Versus Wassertank dann könnte eure Spritzen kaufen weil ihr müsst die Anlage zuerst am Schaltkasten schalten ähm setzte Anlagen mach ich das die Frage ist wie rum jetzt fängt das schon wieder an landschaftsschöne bautool hier und da so grob überall ja sowieso nur so und dafür kommen die LKWs jetzt raus oh geht auch geht auch was noch kommt so und den anderen ja so haste doch so jetzt haben endlich Sommerferien begonnen Leute hoffe ihr seid halb ja ich bin halb also jetzt wenn ihr das Video hier seht weiß ich glaube ich ne ich glaube ich bin noch nicht auf dem Reiterhof doch Sonntag bin ich ja ich weiß es gar nicht ähm auf jeden Fall sollte ich irgendwann dieses Wochen diese Woche auf dem Reiterhof hab ich mega Bock drauf äh ja durch ja ja gut so ähm der braucht noch Kalk oder dem braucht Kalk gut bekommt die 10 auch Kalk wenn sie das will bekommt die das auch so eigentlich kann ich jetzt schon wieder die Kacke lauter Desktop so wieder so leise so so naa ich war doch grad drin äh überall durchswitchen ja da haben wir so so gehen wir erstmal den Striegel holen Gewicht angehangen und let's go oh hier wächst Gras durch die Straße sehr gut ja auf jeden Fall ich bin jetzt halt auf Reiterferien bin ehrlich gesagt mega Hype drauf auch wenn es halt manche nicht verstehen können ja jetzt haben wir die schöne Spritze jetzt können wir die eigentlich direkt auftanken auftanken dann kommt man auf den Zwillingsbereifung drauf oh da war die Lampe ja die muss ja erst hier ähm ich meinte doch irgendwo dass sie erst angeschaltet werden muss ist oder ja ja dann kommen hier auf den schon mal Zwillingsbereifung drauf äh Zwillingsbereifung hier Pflegebereifung äh ja hier Pflegebereifung da geht so lustig aus äh eigentlich kann ich ja schon vorne vorstellen warte berührt dir das Dach glaubt nicht ich hoffe es mal nicht ich hoffe es mal nicht und jetzt hör mal den kleineren Tank von beiden der kleinere wird dann hier auf den Fendt kommen und der größere auf den MF glaub ich hoff ich was habt ihr denn in den Sommerferien so in den letzten Wochen vier ne sechs Wochen vier wie komm ich auf vier auf den letzten vier Wochen noch vor schreibt Seneca und Harris dann hinten dran ach ich dachte es käme jetzt so ein richtig schöner blau wie bei der bei den Sähmaschinen das wäre auch cool aber ja aber aber nein das ist einfach nur scheiße das geht ja nö jetzt geht ja nicht mal unten rum also unterm Trecker irgendwas her na gut wer soll's das geht ja das geht ja Wenn gut, möchtest du das mit der Tastatur machen. Pflanzenschutzmittel. Und der hintere. Achso. Müssen erst die Abdeckungen geöffnet werden. Ähm. Abdeckungen geöffnet werden. Hä? Hö? Ach, gar nichts. Da? Okay. Aber auch nur an einer Seite. Okay, komisch. Aber, na gut. Ich seh nichts. Ich sah nichts besser gesagt. So. Deswegen müssen wir erst die Striegel holen. Au. Das war meine Hand. Aber ich kann jetzt beide Striegel mit einem holen. Schnell. Das ist ja nicht so das Problem. Das ist ja nicht so. so. Nicht hier mit Pflegebereifung, ey. So. Das ist effizienter Transport. Sind halt auch nicht mal klein oder so. Die Striegel sind 4 Meter hoch oder so. Na gut. Der 700er ist schon 3,5 oder so. Nein. Nicht so viel. Aber der ist schon echt hoch. Ich würde mal so schätzen auf 4 Meter kommt der schon ran. So. Kann sich hier der kleinere von beiden MF den abholen. Aber ich geh mir noch mein schönes Gewicht holen. Und dann fahre ich mit denen hier innen rein, weil momentan ich nix brauche in diese. Und dann fahre ich mit denen hier innen rein, weil momentan ich nix brauche in diese. So. So. Und dann fahre ich. Auß. Ich kann nicht mehr reden, ey. Aussteigen und let's go. Irgendwie sehen die schon langweilig aus, ey. Mit der Zeit werden die komisch, finde ich, aber alle, aber dann würde ich doch lieber den Defend behalten als der MF und dann würde ich vielleicht durch einen JCB oder so ersetzen. Die Fast Drugs von JCB werden ja gar nicht mehr hergestellt, wusstet ihr das? Und ja, der MF hat auch ein 6000, der MF hat ein Cent-Gewicht, weil der auch zu Echo gehört. Oh, sie sind doppelt geklickt, Leute. Angieren auf engem, engem, engem Raum. So, eben noch ein Thumbnail. Äh, wie ging das denn auch? DLP. Wie geht's? Ja, so. So. Ähm. Mal. So. Das war's.